leute wir müssen noch mal ganz kurz reden warum kaufen die leute überhaupt mts es gibt verschiedene gründe ich nehme euch mal mit und zeige euch warum leute mts kaufen let's go auf der einen seite das ist natürlich ein problem ist es ein hennerei prinzip ist es ein problem wenn einer anfängt wenn einmal das ei gelegt ist dann geht es problemlos sobald der erste kommt spieler der erste spieler der wirklich spielt um zu gewinnen anfängt mts zu kaufen und sich dadurch einen unfairen vorteil im spiel verschafft vor allem wenn es dann darum geht bei spielen geld zu gewinnen turniere zu gewinnen oder einfach das geilste team zu haben für seinen youtube-channel seinen twitch kanal dann haben die anderen das gefühl dass sie mit ziehen müssen weil der unterschied zwischen dem besten team neben der schummelt und allen anderen zu groß wird das ist einfach das grundproblem was wir in der community haben einerseits die spieler die zocken weil sie gewinnen wollen weil sie gewinnen müssen weil es vielleicht auch ihr nebenjob ist oder sogar ihr hauptberuf was auch immer und auf der anderen seite die leute die einfach nicht den anschluss verlieren wollen und dafür dazu würde ich mich ehrlich gesagt auch zählen weil ich bin spieler natürlich ich weiß ich werde keine turniere gewinnen ich weiß ich bin hier nicht der allergeilste spieler aber ich bin okay und ich will auf meinem level auf fairer basis mithalten können wenn andere anfangen zu schummeln dann muss ich mir das eventuell auch überlegen ich habe es nie gemacht aber ich bin an einem punkt wo ich denke ich bin nicht mehr mit okay gepartnert okay deutschland gibt es nicht mehr wenn jeder macht und keiner bestraft wird dann werde ich mich nicht in nachteil hauen und eventuell sogar noch mehr geld bezahlen als die anderen die schummeln weil ich hier wie sie hole und packs öffnen apropos packs das ist ein problem warum leute sich mts kaufen gehen wir mal auf den pack markt drauf und gucken uns mal die aktuelle all star history collection an wir gehen drauf gehen auf start mehr infos und dann sehen wir die chancen die spieler zu ziehen die da überhaupt drin sind spieler mit einer 90er wertung 5,4 prozent 5,4 prozent ein spieler der aus dem base set kommt kevin duran james ad janis ante de kumpo diese spieler jason tatum luka doncic diese spieler das sind die day one spieler für 5,4 prozent die spieler die in dieser promo drin sind die starten doch erst bei diamant diamant hat eine chance von 1,5 prozent das bedeutet alle 1,5 packs 1 oder 2 packs von 100 bei 1,5 packs von 100 packs haben einen diamant spieler statistisch gesehen der eine kriegt mehr antriegt gar keine spieler mit 95 erwertung oder mehr unter 1 prozent was bedeutet unter 1 prozent 0,000001 ist auch unter 1 prozent das ist beschissen letztes jahr waren die packouts schon schlecht aber selbst letztes jahr waren sie besser und das ist eine entwicklung wo ich dachte es kann doch gar nicht schlimmer werden und es ist schlimmer geworden typisch okay halt und dementsprechend sind auch wenige 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 gute spieler auf dem markt dementsprechend sind diese auch teuer und jetzt kommt zum allen übel auch noch dazu dass die leute jetzt anfangen sich mt zu kaufen weil wenn du packs sind die chancen so schlecht dass du keine guten spieler ziehst die leute die geld in das spiel investieren die wollen das beste team haben wenn du so viel geld investiert ist auf fairem weg und du bekommst nicht das was du möchtest oder das was du erwartest dann musst du eben gucken wie du das auf anderen wege abkommen kannst überspielen über die spielmodi showdown breakdown breakout was auch immer nicht möglich man bekommt zu wenige zu schlechte belohnung also was bleibt übrig mts kaufen und jetzt gucken wir uns mal bitte an was wir in nba 2k für sagen wir mal 100 euro bekommen gehen wir den pack markt rein eine 20er box für nehmen wir mal die alte collection hier weil da sind die preise so wie ich sie noch und früher kennen von letzten jahren eine 20er box ironclad das sind keine deluxe packs gar nichts da kann auch einfach nur kacke drin sein kostet knapp 200.000 wie sie kannst du umrechnen mit 50 euro einmal 50 euro aufladen für 50 euro wie sie kaufen 200.000 wie sie bleiben 2000 übrig aufgeschissen hier ziehst du meistens wenn du überhaupt glück hast mal eine diamond karte wie gesagt wenn überhaupt eine von 120 plexen hier drin eine von 100 ab 1,5 von 100 hat ein diamond und wenn wir jetzt 40 packs ziehen und wir 100 euro ausgeben dann haben wir immer noch keine garantie dass wir ein diamant spieler ziehen geschweige denn ein pink diamond gar keine chance und jetzt gehen wir mal rein in die mt seller seiten und ich werde jetzt hier keine werbung für die seiten machen aber ich will einfach mal die preise zeigen und ich sage direkt als warnung leute bitte kauft jetzt noch keine mt auf diesen seiten wir wissen noch nicht ob du k die leute band es kann sein dass du k jetzt einfach erstmal die lage checken muss und dann die bands rauskommen ich glaube es ehrlich gesagt nicht aber wir müssen mal schauen also wir sind jetzt hier auf einer seite dessen namen ich nicht nennen möchte wenn man wahrscheinlich sieht man ihn sogar ich glaube nicht wir wollen 100 euro ausgeben für 100 euro für 108 euro bekommen wir 1,5 millionen mt 1,5 millionen mt wenn ich die ironclad collection öffne ich bekomme einen diamond aus 100 euro und dieser eine diamond ist aber wer könnte das jetzt hier sein sagen wir einfach mal das wäre ein schlechteste chris paul vom werther 100k 100.000 mt für 100 euro mt seite 1,5 millionen mt für 100 euro 108 euro eine millionen mt für 72 euro gehen wir mal auf eine andere seite 800.000 mt auf der playstation für 56 euro 56 euro für ach da wird mir schlecht da wird mir schlecht klar verliert man noch zehn prozent steuer aber das ist der preis den du bezahlst und hier haben wir noch eine seite wo leute ihre mts quasi wie bei ebay anbieten und hier haben wir einmal nba 25 mts für die playstation eine million mt für 250 gut das ist das teuerste hier bieten das anscheinend leute an ich glaube trotzdem das sind fake accounts und bots im prinzip ist da eine ki oder sowas dahinter aber hier diese zwei seiten es sind auch ähnliche preise bei dieser seite habe ich auch vor jahren mal gekauft und das ist legit das kommt an 100 euro knapp für 1,5 millionen mt ist wahnsinnig günstig und jetzt muss man mal überlegen wie viel manche leute pro jahr so investieren und gehen wir jetzt einfach mal aus dass ich 500 euro pro jahr investiere und da komme ich hier aus bei fünf mal 1,5 millionen vier mal 1,5 millionen wären sechs millionen dann haben wir noch mal dann sind 7,5 millionen mt und da kriegst du deutlich mehr als wenn du packs ziehen würdest und das ist halt diese pack als die packouts führen dazu dass leute sich mts kaufen dass leute anfangen sich mts zu kaufen und im endeffekt ganz ehrlich leute wenn okay jetzt dieses quartal oder nächstes quartal wieder weniger geld macht weil bis zu 80 prozent der einnahmen von okay kommen mittlerweile über mikro transaktionen wenn die leute sich keine wc mehr holen weil sie über drittanbieter mt holen dann macht okay weniger geld dann sind sie selbst schuld und schaufeln sich ihr eigenes gab und den eigent das eigene gab für den modus wenn sie die packouts so lassen wie sie sind wenn wir immer noch genauso schlecht belohnt werden in den spielmodi oder in den report packs wie es aktuell der fall ist wenn sich das nicht ändert wird mt kaufen weiterhin überhand nehmen wenn die bands nicht kommen und dann bin ich auch dabei und dann wird mein team aber so richtig ekelhaft schreibt mir eure meinung dazu in die kommentare ich habe noch ein anderes video gemacht zu den reisen im auktionshaus zum mt kaufen generell da rein wenn ihr das noch nicht getan habt ansonsten herzlichen dank fürs zusehen und bis zum nächsten mal